also ich habe jetzt rausgefunden warum hier der kurzschluss entstanden ist und zwar beim einlöten dieses akkus ist die ummantelung beschädigt worden und dann hat der akku über den pluspol den minuspol erreicht und dadurch habe ich jetzt hier den kurzschluss gehabt an dem akku ich werde jetzt den akku natürlich austauschen weil der ist kaputt aber jetzt erstmal für die zwecke des einlötens der platine werde ich erstmal ein kleines isolierband da ankleben so jetzt ist die schadhafte stelle wieder isoliert so sieht der akku aus ohne platine und die alte platine war ja an diesem fähnchen befestigt und hier ist noch der temperatursensor und diese fähnchen muss ich jetzt abschneiden weil an dem neuen eine neue elektronik sind kabel dann muss ich mal gucken wo macht das sinn den abzuschneiden blendet alles so stark hier dadurch dass ich jetzt hier oben so eine helle led lampe habe diese glänzenden platten hier so also ich habe das jetzt einmal so abgeschnitten da habe ich die fahne nach oben geht in die platine rein die habe ich hier abgeschnitten und bei dem minuspol habe ich ungefähr auf hälfte den auf hälfte abgeschnitten hier und dann gehe ich jetzt mit schmägelpapier dabei macht das ein bisschen raum damit ich das kabel auch wieder auflegen kann zum löten so dann werde ich das mal so ein bisschen verzinnen jetzt gut wie wenn du gucken ganz so so wo soll denn dieser komische temperatursensor jetzt also ich weiß nicht genau wo ich jetzt den temperatursensor hinpacken soll wo der überhaupt hinpasst also das sieht so aus als wenn das super passt das einzige was vielleicht nicht passen wird ist die schraube weil das hier sind löcher drin auch in der alten platine waren löcher drin die greifen die greifen in vorgesehene stifte da kann man nichts mehr verruppeln verschieben wenn wir jetzt die schraube angucken na doch das könnte klappen also es geht mit ein bisschen vorsichtiger gewalt na gut na gut na gut ich probiere das einfach mal jetzt ich löte das mal irgendwie an das kabel das minus kabel ist soweit dran dann mache ich jetzt mal dieses signal kabel das war das signal kabel okay also generell passt generell passt der der temperatursensor hier unter was ich jetzt ein bisschen bezweifle ist dass der wirklich die richtige temperatur misst ich werde jetzt mal das plus kabel da anlöden so jetzt sind im grunde alle komponenten fertig alles ist angeschlossen ich muss nur gucken wie ich jetzt die kabel dahin sortieren kann wie ich jetzt die kabel hier so gelegt habe ob das alles so ob das alles so ja das dachte ich mir das passt nämlich nicht also die kabel müssen wirklich ein bisschen besser versteckt werden so geht das gar nicht jetzt die frage welches kabel stört jetzt die frage welches kabel stört ich vermute mal das schwarze kabel wird stören das kriege ich dann noch runter gewurschtelt das ist auch ein bisschen zu lang das kann ich so die da das hier das hier 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 Also es könnte jetzt tatsächlich funktionieren. So, der Akku ist tatsächlich zu. Ich denke, ich probiere das einfach mal aus jetzt, mal gucken was passiert. Die drauf. Oh, er lädt. Das ist ja schon mal wunderbar. Also, nach ein paar Problemchen mit dem Kabel muss ich doch feststellen, dass nach ungefähr einer halben Stunde des Platinentausches der Akku wieder funktioniert. Ich habe jetzt einen geschenkten Akku 14,4 Volt für ungefähr 4 Euro, das die Platine gekostet hat. Repariert. Eine halbe Stunde Arbeit reingesteckt. Und freue mich jetzt, dass ich wieder einen Akku habe, den ich verwenden kann. Wunderbar. Also Fazit fürs nächste Mal. Ich werde als erstes die Kabel kürzen an dieser Platine. Ich werde das, also das Minuskabel werde ich kürzen. Dann werde ich das, na, dieses Sensorkabel, das kleine rote. Ich freie es nochmal auf hier. Also, das rote, das ist ja schon kurz genug. Wenn jetzt das schwarze noch erheblich gekürzt wird, dann ist schon eine Menge gewonnen. Und zusätzlich werde ich dieses rote hier noch ein bisschen kürzen. Und dann habe ich Platz, um den Sensor, um das Sensorkabel dann hier als Schleife hinzulegen und dann den Sensor unter die Platine zu verstecken. Also, nach Anfangsproblemen, ich denke mal der zweite Akku geht schneller. Ich bin begeistert. Das einzige, was nicht ganz so, naja, ich will nicht sagen, das läuft. Das einzige, was ein bisschen länger dauert, ist der Transport dieser China-Platine. Ich habe mir die Platine, glaube ich, im November bestellt. Mitte November, glaube ich. Und sie ist kurz vor Weihnachten angekommen. Das sind dann schlappe fünf Wochen. Schlappe fünf Wochen Lieferzeit. Und gut, wer Zeit hat, für den ist es egal. Ich sag mal, so für mich. Dann liegt der Akku eben rum. Ob der vier Wochen rum liegt oder nicht, ist egal. Aber, ja, hat sich gelohnt für mich. Ich freue mich. Ich mache jetzt gleich den zweiten Akku fertig. Und dann habe ich zwei fertige Akkus. Also zwei neue Akkus wieder. Nein, die sind nicht neu. Die sind gebraucht. Aber sind für mich ausreichend, für mein Werkzeug völlig okay. Wunderbar. Vielen Dank, dass du wieder zugeschaut hast. Und bis zum nächsten Mal. So, nochmal ein kleines Update. Ich habe den zweiten Akku fertig. Und das sieht jetzt so aus. Ich habe das einzige Kabel, was ich gekürzt habe, ist wirklich das schwarze Kabel. Das habe ich, wo ist der Abschnitt? Das habe ich ungefähr um die Hälfte gekürzt. Habe dann im Vorfeld die Kabel schon so ein bisschen gefaltet und geknickt. Und die unter die Platine gesteckt. Und, ja, so sieht es jetzt aus im Grunde. Hier oben, da liegt das Pluskabel so ein bisschen eingefaltet. Und der Rest versteckt sich alles komplett unter der Platine. Das funktioniert wunderbar. Und, ähm, wenn ich jetzt den Akku zusammenstecke, hier den zweiten, dann geht das total ohne Probleme. Also da geht super zu. Als wäre da wirklich die original Platine drin. Und, ähm, so, der erste Akku, den ich ja eben gerade zum Laden fertig gemacht habe, der ist jetzt fertig geladen. Ich habe jetzt für den zweiten Akku ungefähr eine Viertelstunde gebraucht. Das ist also echt mega schnell, finde ich. So, also vielen Dank fürs Zugucken. Das Abonnieren nicht vergessen und Daumen hoch. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.